Mit dem Gummiband-Einnähfuß wird schmales Gummiband beim Aufnähen um etwa 5 bis 10 mm gedehnt. Das ist vor allem beim Nähen von Lingerie, Bade, Sport und Tanzbekleidung sowie Heimtextilien nützlich. Die beim Aufklappen der Fussvorderseite sichtbare Rolle gewährt gleichbleibenden Zug auf das Gummiband. Die Schraube oben am Nähfuß unterstützt die Regulierung der Dehnmenge durch mehr oder weniger Druck auf das Band. Das Gummiband wird vorne in den Nähfuß geschoben, die Rolle gesenkt und das Band unter dem Fuss nach hinten durchgeführt. Nehmen Sie zum Aufnähen von Gummiband einen 3 oder 4 Faden Overlockstich mit 4 mm Stichlänge, damit die Stiche nachher nicht überlappen. Untertitelung des ZDF, 2020